Es ist im RKI, aus fachlicher Sicht ist es nicht unproblematisch, generell FFP2-Masken zu empfehlen. Eine generelle FFP2-Maskenpflicht wird nicht als sinnvoll erachtet. 13. Januar 2021. Trotzdem fragt man sich im RKI im 2G-Wende 2021, ob FFP2-Masken für die Schule empfohlen werden sollten. Zitat, bisher gibt es keine überzeugenden Hinweise, dass FFP2 besser ist, schon gar nicht bei Kindern. Im Oktober 2022 wurde eine FFP2-Maskenpflicht veröffentlicht.